Falls ihr das doch auch sehen wollt oder wie wir es machen oder wie auch immer, schreibt rein, natürlich bei Max natürlich. Bei Max gibt es nichts zu schreiben, ich lebe nicht, ich bin nur geistlich da. Was hältst du davon mit der automatischen Bahnhof-Haltestelle? Ja, kann man schon machen, aber wie gesagt, jetzt nicht jetzt im Lit Show. Ja klar, war nur eine Idee. Dieser Dorfbewohner, der hier jetzt rumguckt, der geht mir jetzt auf die Eier, der ist schon hier schon ganz schrumpelig gebadet. Du Penner! Für Greyskull, so. Na ja, ihr kennt ja alle die folgenden Riemann und so weiter. Ja, und für die unter euch, die sich gefragt haben, wo führt denn jetzt die nächste Strecke, die hier schon wieder durch die Luft verläuft, größtenteils hin? Wir werden es euch zeigen und womit wir auch bald schon wieder am Ende unserer Lit Shows sind. Wie gesagt, allzu viel... Ja, was heißt, allzu viel gab es nicht. Also, wie gesagt, ich fand es schon würdig, dass wir das alles jetzt schauen, weil ich meine, gut, es hat sich jetzt nicht so viel verändert, sage ich mal, aber... Männchen ist etwas. Ja, aber ich meine, wir haben sehr viel Zeit in das Ganze investiert und ich meine, wie gesagt, wir spielen ohne Cheats, ohne Admin-Befehle, ohne Sonstiges, ja. Ähm, was uns das Spiel erleichtern könnte und wir stellen diese Welt auch nicht im Creative-Modus und laden es dann einfach als Multiplayer-Map hoch, also das geht gar nicht. Also, das Gebilde da ist auch geil. Also, die Berge, die hier generiert werden, die sind schon echt richtig cool, da sehe ich auch noch Kohle überall. Ähm, ja. Da könnten wir mal einen Luftschutzbunker bauen. Före-Bunker. Genau. Der deutsche Mann, die deutsche Frau in den Före-Bunker. Oh, da unten wachsen ganz schön viele Rosen. Da hinten ist eine Höhle. Oh, da spüre ich auch ein Déjà-vu mit Rosen. Hier war das noch, ich finde keine Rosen oder ich finde keine rote Farbe. Bis ich dir dann gesagt habe, ne, Bomehl klatscht auf den Boden, da wachsen schon Rosen. Und jetzt sind hier überall Rosen. Naja, aber die sind nicht durch mich erzeugt. Also, da vorne seht ihr die neuen Floating Islands, auch eingebaut mit der Version 1.0. Ne, natürlich ein kleiner Scherz, das ist ein Generierungsfehler von der Map. Also, da werden immer mal wieder so ein paar Teile einfach in die Luft generiert. Lustig fand ich es, als sowas mal, als mal Sante die Luft generiert wurde und du baust einen Block ab und dann fliegen alle nach unten. Ist ziemlich lustig. Apropos Sand, wir konnten uns natürlich wieder nicht von unserer Wüste trennen, deswegen haben wir gleich die nächste. Äh, hier encountert und sind darauf getroffen und gestoßen und es wird dunkel und meine Uhr zeigt an, es ist Zeit schlafen zu gehen. Oh, schön, ne? Sagen wir nochmal, danke. Ja, also ich muss schon sagen, äh, Texture Pack und auch die Wolken, also die sind nicht mehr so quadratisch und so, also man sieht zwar schon noch die Umrisse, aber gut gemacht, gut gehalten. Hut ab vor diesem Texture Pack. Ähm, ich zeig's auch gerne, äh, ich hab, ich hab mir mehrere runtergeladen, äh, welche, die sind auch so ein bisschen mittelalterlichen Stil gehalten, die sind auch ziemlich... Der Mond ist nice. Sorry, dass ich unterbreche, aber... Ja, ja, der Mond ist größer als die Sonne. Ähm, ja. Also, wie gesagt, das ist, äh, da vorne seht ihr Licht. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Ferne so gut sieht, aber ja, da ist Licht und zwar haben wir da ein bisschen, da gibt's so eine coole Höhle, die wollten wir eigentlich noch zur Wohnhöhle ausbauen, aber jetzt ist da ein Skelett drin, jetzt macht's keinen Bock mehr. Ähm. Nee, wir schauen jetzt, dass wir schnell noch, äh, Unterschlupf, äh, finden und dann, äh, dann fangen wir mal mit unserer Ozean-Überquerungs-Story an, würde ich mal sagen, sobald wieder... Moment mal, Moment mal, wir könnten hier absteigen. Da hinten nicht, obwohl wir wollen schlafen, aber da hinten müssen wir auch noch drin, da ist nämlich unser erstes Haus, wo wir rausgekommen sind. Ja, ja, ich weiß, da wollte ich gerade dazu kommen, bevor du mich unterbrochen hast. Okay. Genau, also was ihr hier so schön seht, hier ist das, hier ist zu Ende. Da hört die Eisenbahnstrecke einfach mal auf, da überschlägt man sich dann mit der Minecart 50 Mal und danach, äh, packt man sich schön auf die Fresse. Äh, zu dem Haus hier komme ich nachher noch, wie gesagt, das tut jetzt, äh, erstmal nur dazu dienen, dass wir schnell mal pennen gehen. Denn ich muss sagen, ich bin schon ziemlich müde. Oh, es ist doch schon wieder, und gute Nacht, Fabio. Ah, guten Morgen. Ding, aber schnell. Tja. Ich bin halt kein Langschläfer. Haha, der brennt. Haha. Die Nachtbarn brennen schon wieder, der Standard hat. Also, wir, ähm, wir, äh, fangen natürlich ganz von, au, oh, von Anfang an. Und zwar jetzt nicht hinschauen, nicht auf den Bildschirm schauen, Leute, bitte. Also, ähm, ihr seht nichts gerade, wo ich hinlaufe, wo ich herkomme, sonst irgendwas. Also, äh, jetzt hab ich das doch schon gesehen. Und im Hintergrund spielt die wunderschöne Minecraft-Musik. Ich muss, ey, ich muss das echt mal machen, dass wir, äh, dass ich mal irgendwie eine YouTube-Playlist neben mir laufen lasse. Ach ja, mir fällt gerade was ein. Äh, und zwar, du lässt ja die, die, die heißt, du machst schon die Felder. Und lässt ja Wasser ein und so weiter und so fort. Also, ich wollte mal so einen Bodycheck mit so einem, äh, Kaktus machen. Ja? Äh, was solltest du sagen, Fabio? Äh, du hast ja auch auf meinem Server gesehen, oder ich sag jetzt mal auf unserem Server, von Greg Bull gesponsert natürlich, äh, dass wir, dass ich ja Weizen angelegt hab, und dort auch, äh, diese Blätter, wo sind sie denn, nur bei so einem Spiel, ohne zu sehen, jetzt sehe ich aber gerade keine. Ja, kommen wir gleich dazu, jetzt, äh, von Anfang an, mein Freund, von Anfang an. Au, ich hab schon wieder Bodycheck, jetzt pass mal auf. Oh, ja. Jetzt hast du Nadeln am Sack. Wollte ich schon immer mal haben. Also, was ihr hier seht, oder, oder sagen wir mal so, wir müssen eigentlich, wir müssen eigentlich, äh, in die Ferne schweifen und uns genau hier hinstellen. Denn hier, an diesem Strand, habe ich einen Fisch gefressen. Ne, ähm, hier an diesem Strand kamen wir an, nach langer, langer Ozeanüberquerung. Also, wir haben da damals unser erstes, also, was ihr hier seht, Unmengen an Wasser, ne, man könnte jetzt gar nicht meinen, dass das ein Ozean ist oder so in der Richtung. Ähm, nach langer, langer Erkundung haben wir beide hier dieses Eiland gefunden und uns hier sofort niedergelassen. Was ihr da vorne seht, ist unsere erste Hütte, die auch schon mal gesprengt wurde, weshalb da eine Dreckwand, äh, jetzt ist. Hier sind wir mit dem Schiff gestrandet, nach, was weiß ich, wie vielen Stunden Fahrt. Also, leckt mich am Arsch, ich glaube, wir waren ewig lang unterwegs. Oh ja, und nach 10 Mal oder 15 Mal sind die Boote kaputt gegangen. Ja, ja, und auf jeden Fall sind wir hier schön durchgefahren, oder rübergefahren, einfach auf der Suche, um neues Land zu entdecken. Dann haben wir das hier entdeckt, der Fabio hat es erst für eine ganz große Insel gehalten, aber es war dann letzten Endes, hat sich doch als Festland entpuppt. Und, äh, hier sind wir zuerst gestrandet, ich bin gleich ganz glorreich gestorben am Anfang und von dem Creeper weggesprengt worden. Der Fabio aber hat es geschafft, sich hier niederzulassen und zu halten und alles und, äh, deswegen ist auch hier eine tiefe Grube. Ähm, das war sozusagen unsere erste Behausung. Also ihr seht, sehr, sehr, ja, einfach gehalten und alles und Bäume hat er auch schon hier in der Wüste angepflanzt. Dass wir überleben konnten. Ich hatte natürlich von Anfang an ein Ziel, und zwar wir beide, wir haben noch keinen Landsitz. Wir leben bis jetzt bloß in irgendwelchen Baumhäusern oder in irgendwelchen Dreckslöchern oder schwuchtigen Glashäusern in der Wüste, wo man sich, äh, wo man sich einen Pelz abfackelt, wenn man da zu lange drin ist. Ich denke, dass du mein Glashaus erwähnst. Ja, wollte ich schon, wollte ich sowieso machen. Bitte gerne. Also, wie gesagt, in Glashäusern, wo man sich, wo man sich die Sackhaare wegbrutzelt, ist zwar, ach, dein roten Flash hier, kannst du behalten. Da, das auch. Wow, ganz dreist behältende Gunpowder. Ja, das hatte ich ja schon im Inventar, das behalte ich. Ja, was du meintest, vorhin waren die hier, ne, die Wasserrosen. Genau, die kann man dann, ja, das können wir auch ganz, nehmen wir zwei mit. Hier, gerade an unserem Ding, das erste. Ah, jetzt hab ich schon wieder vergessen, ich hab schon wieder... Ja, auf jeden Fall, die kann man eigentlich nur für eine Sache nutzen, man kann aus denen nichts Großes machen, man kann aus denen einen Weg übers Wasser bauen, sozusagen, also das meint's nicht. Äh, ist aber ein unsolider Block, das heißt, man kann keine Schienen drauf platzieren, also... Ja, also, auf gut Deutsch, was ich sagen wollte, ist bei uns ein Weizen, äh, Gemach, was auch immer, scheißegal, ihr wisst, was ich meine. Äh, wenn man da Wasser hintut, ja klar, damit das Weizen schon wechseln, alle möglichen Scheiß, wenn man keinen Bock hat, die ganze Zeit durchs Wasser, äh, zu springen oder zu latschen, kann man die Dinger dran tun, dann brauchen wir nur drüber laufen und ernten, ganz gemütlich. Ja, genau, Alternative wäre natürlich auch noch, das Wasser unterirdisch fließen zu lassen, das bringt's auch. Äh, ja, aber, ähm, von, von dem Thema, wie man am besten Weizen anbaut, wieder zurück, ähm, zu unserem wunderschönen Landsitz, den ihr ja vorhin schon ganz kurz gesehen habt. Also, ihr tutt jetzt einfach mal so, als hättet ihr den jetzt vorher noch gar nicht gesehen und wir gehen jetzt da zum ersten Mal hin. Ähm, werde ich euch präsentieren, den, äh, das, äh, Jaton, ähm, ach, ich kann kein Französisch machen, bewusst. Oh, ein Schaf, hab ich eine Schere dabei? Nein, natürlich nicht. Ähm, Französ, I'm gay. Besser? Passt gut, perfekt. Genau, so ist es richtig. Nee, also, wir haben bisher nur in irgendwelchen Höhlen gewohnt oder in irgendwelchen kleinen Häuschen oder in irgendwelchen Baumhäusern. Deswegen dachte ich mir mal, so ein richtiger Landsitz hier, so wie sie's gehört, ist, äh, ist angemessen für uns. Schöne Felder hier zum Bestellen, äh, beleuchtet natürlich auch, dass das ganze Zeug in der Nacht wächst. Hier draußen für ein wunderschöner Weg ums Haus, ähm, hier ist, äh, hier ist der Garten, sag ich mal, wo man sich aufhalten kann. Natürlich auch beleuchtet, dass hier nachts nix spawnt. Ein kleines Gartenhäuschen, um die nötigsten Vorräte zu verstauen oder sich einfach mal hinzusetzen und, äh, und, äh, ja, keine Ahnung. Die Grillsachen verstaut der Fabio da immer, also die, äh, die Schweine, was er jetzt auf dem Feld, der ihr gleich seht, schlachtet. Die werden dann auf den Grill geschmissen. Nee, also, wie gesagt, äh, das Feld, äh, war jetzt diesmal mal meine Idee, dass wir mal alles so machen, so Multikulti-mäßig, dass wir hier mal alles zusammen schachteln, alle Arten von Viechern, die nicht trennen voneinander. Und, äh, apropos, äh, apropos Schwein. Komm her, eine Schlachtung bitte. Ich baue Fleisch, kann mich nicht mehr von Fisch ernähren. Die wird schon die ganze Zeit von Fisch. So, dem Fabio werfe ich jetzt hier ein Ding an die Birne, so. Ah, da ist ein Huhn rausgekommen, auch okay. Also, wie gesagt, während der Fabio sich hier noch mit den Viechern vergnügt, zeige ich euch mal das Innere. Ähm, da ja der Fabio sich, äh, zu Weihnachten einen, äh, einen neuen Chrysler, äh, gekauft hat, haben wir hier natürlich auch eine Garage dafür gebaut. Die dient gerade eher noch so als Geräteschuppen, aber später wird hier mal sein Chrysler drinstehen. Äh, äh, dann würde ich sagen, inspiriert hat mich dieses, ähm, also das Haus habe ich schon mal woanders gebaut. Äh, natürlich ein bisschen kleiner hatte ich es eigentlich erst gehalten, aber ich wollte es so absichtlich groß halten, weil wir wollten ja viel Platz haben. Ähm, vom Landhaus von meiner Tante, die hat, das sieht genauso aus, das ist maßstabsgetreu, das ist nicht, aber es ist auf jeden Fall eins, eins so nachgebaut. Also, Toilette, ne, falls ihr euch mal, falls ihr mal müsst, ne, Spanner wieder natürlich vor der Tür, die auch noch die Tür aufmachen, schrecklich. Ja, danke. Ähm, hier ein kleines Abstellkämmerchen, falls wir sich mal hier, ne, falls wir sich mal einschließen und, ja, hier, so, ne, und, ähm, ähm, ja, hier fehlt noch ein Stoneslap, aber gut, ist jetzt eigentlich egal. Hier ist der Ofen, ich weiß, das sieht nicht sehr überzeugend aus, weil da nur zwei Fackeln drin stecken. Äh, ich habe es zwar mit, äh, mit Netherrack, äh, ja doch, mit Netherrack versucht, äh, dass ich da das anzünde und dass es da drin so schön knistert und alles. Äh, hat leider nicht funktioniert, die Bude ist mir einmal fast abgefackelt, deswegen, ähm, ja, hier, das, der, der Wohn-Ess-Bereich hier, also hier kann man sich schön hinsetzen, wenn man einen wunderschönen Ausblick auf die Berge da draußen hat, ähm, und sein Essen genießen. Wenn man mit dem Essen fertig ist, macht man keinen Verdauungssprinz-Hergang, nein, man hockt sich hier auf die wunderschöne Couch und genießt beim neuen Panasonic Flat TV das neueste Programm von Sky, wenn man es dann abonniert hat. Ähm, ja, und nebenher hier kann man sich auch natürlich noch was craften, also ich crafte mir zum Beispiel aus diesen, aus den Bones hier dieses Bone Meal, ja, also der schmeckt ganz, ganz lecker. So, falls wir mal Gäste empfangen sollten, ist hier der Gästeraum. Ja, mehr gibt es zum Gästeraum auch nicht mehr zu sagen. Hier geht es in die Küche, der wunderschöne Braustand hier mit unseren, da habe ich jetzt die Fläschchen absichtlich mal stehen lassen, das sind aber nur Wasserflaschen, also da fehlen noch Zutaten, damit die zu, äh, ich schaue gerade mal, ob ich die Zutaten hier habe, weil dann kann ich das mal zeigen, nein, die habe ich natürlich jetzt leider nicht hier, ist auch egal. Aber du hast schon im Inventar, was daraus werden könnte. Allerdings fehlt ja das Zwischenstück, das erste Healing Potion, das ist dann so das zweite Healing Potion wird. Ja, äh, ist ja jetzt auch egal, also wie gesagt, das machen wir dann, wenn, wenn wir das nächste Let's Show noch machen, dann machen wir das da rein. Äh, geiles Bild übrigens, also, sieht aus wie bei Herr der Ringe, dieses, das, äh, wie, wie heißt das da, wo die Elben wohnen da? Ähm, äh, naja, ist auch egal. Irgendwas mit Elben. Im Zykonenland. Ne, irgendwas mit Elbers. Loserland. Ja, genau. Dann oben habt ihr natürlich schon gesehen, also das Spiel, die sieht auch geil aus. Das erinnert mich auch an irgendeinen Film gerade mit den ganzen Zepedins, na gut. Tja, und da wollte ich einen anderen K-O-P, äh, anderen Texture Pack. Jetzt hast du K-O-P und jetzt bereust du's. Was? Dass du's nicht drin gehabt hast. Ja, ich bereu alles. So, hier oben Schlafzimmer Nummer 1, äh, du kannst die Türen übrigens offen lassen, es steht kein Creeper davor. Schlafzimmer Nummer 2, ein bisschen kleiner Gehalt, mit wunderschönem Ausblick auf Sumpfgebiet, auf unsere Felder und auf das Gebirge. Auf das bin ich stolz. Was ich auch hervorheben möchte, sind diese Gebirge hier. Also wirklich sehr, sehr geil. Da ist so ein Kreuz in die Luft generiert worden, auch ziemlich lustig, aus Dreck wohlgemerkt. Deswegen hab ich auch hier den Balkon gemacht. Also hier haben wir wirklich wunderschönen Ausblick in die Berge. Äh, ab und zu kann man da oben mal, wenn's nicht gerade wieder Nacht werden würde, jemanden jodeln hören. Ähm, aber das haben wir jetzt einfach mal weggelassen, da, ähm, Zuschauer, die nicht in Bayern ansässig sind, das eventuell als Beleidigung auffassen. Ja, Fabio planscht schon in der Badewanne. Badewanne ist mein Pool. Ja, ähm, können wir nochmal ganz kurz pennen gehen, weil es ist schon wieder dunkel, es wird schon wieder dunkel draußen, echt schrecklich. Jo. Komm her, sonst gibts mit der Schaufel auf den Arsch. Geht doch. So. Ah, Teleporting. Oh, da hat er, da hat er, da hat er ein, da hat er was benutzt hier. Ein Adminbefehl. Ist aber auch der einzige. Als ich dann gestorben war und 3000 Koordinaten in einer anderen Richtung wieder aufgewacht bin, hatte ich keinen Bock nochmal hier hinzulaufen. Also wie gesagt, hier das Bad, ne, Waschbecken und so weiter und so fort. Das Haus, das wir demnächst bauen werden, hier auf dem rechten Bild, äh, Fabios italienische Bruchbude. Und, ähm, hier hinten, äh, Klo nebst, äh, nebst, ja, ähm, ihr wisst schon, das, was man in Italien auch hat, wo man dann den Arsch eben so reinstreckt und sich den auswäscht und so. Ja, ist ja gut, ja, jetzt leidige doch Italien gar nicht. Und, äh, hier natürlich die Badewanne und dadurch, dass der Fabio schon so viel drin gebadet hat, hat er natürlich ein Leck reingerissen, das alles kaputt macht. Und unser ganzes Bad überflutet hier. Nee, okay, das war natürlich ein Scherz. Also unser wunderschöner Jacuzzi hier im Badezimmer. Bei, äh, blökenden Schafen und muhenden Kühen. Und, äh, hier eben Aussicht auf, äh, unser Garagendach. Genau. Und, äh, das war's eigentlich schon so weit hier zum Obergeschoss. Hier ist noch so eine kleine Abstellkammer. Äh, wie gesagt, Landsitz eben dafür. Hier draußen auf dem Ding muss ich noch Bänke hinmachen, dass man sich schön, ah, hinsetzen kann. Entspannen. Ein abdrücken kann. In die Berge schauen, ein abdrücken. Leute, die scheiße labern, mit der Schaufel verprügeln. Und vieles weiter rein. Doch, du darfst dich angesprochen fühlen. So. Und, äh, den Keller. Den Keller können wir natürlich auch noch zeigen. Ähm, den hab ich natürlich im ganz klassischen Stil gehalten. Mit einer wunderschönen Wandfarbe. Dieses, diese Sandfarben, die find ich so schön. Also ihr ignoriert jetzt einfach mal gekonnt, dass das wirklich Sand ist. Ähm, ich weiß, so baut man natürlich sein Haus normalerweise nicht, weil es bei der nächsten Creeper-Explosion gleich mit Leidenschaft gezogen wird. Aber das ignorieren wir jetzt einfach mal wieder gekonnt. Wie immer halt. Ja, das hier sollen natürlich weiße Fliesen sein. Ähm, ich hab da schon jetzt mittlerweile eine Alternative gefunden. Und zwar diese, ähm, Cleanstone Slabs. Die sehen aus, sogar auf Default, wie Fliesen. Und, äh, so mach ich zukünftig auch immer meine Keller mit diesen, mit diesen Slabs. Genau, ähm, oder eben Sandstein sieht eigentlich auch ganz cool aus. Das sieht aus wie so ein Mosaikboden. Also, hier drinnen ist eben auch Rohstopflager. Und, äh, hier hinten ist die Sauna. Ja, also, da lagern wir natürlich Kohle in der Sauna. Damit wir auch immer schön den heißen Aufguss haben. Dann machen wir mal hier, ne, und... Nies diesen roten Porno-Teppich über uns. Ach, das sieht mal einer an. Man kann auch von der Sauna, wenn man den Teppich drüber einreißt, kann man in unseren schönen neuen Panasonic Flat-TV reinschauen. Keine Schleichwerbung übrigens. So, ich stehe ja eher auf Samsung. Mein Bildschirm ist... Oh, vergiss nicht meinen Fernseher. Ja, ja, den hab ich... Dass die Boxen fehlen. Ja, ich weiß, ich hab jetzt, äh, wie gesagt, wir machen... Wir machen nebenher eine Jukebox an, dann geht das schon. Dann brauchst du, weißt schon, so wie das Fernsehen in den 20er-Jahren. So ein riesen Bildschirm und dann... Dann schwarz-weiß und alles. Ja, haben wir noch was zu schauen? Ich glaube, nein, oder? Eigentlich nicht. Kann das sein? Ich glaube, nein. Aber wir wären natürlich froh, wenn Ideen kommen würden. Dann würden wir das auch gut umsetzen. Genau, wir da oben. Damit wir wenigstens was zum Scheißen haben. Uns gehen langsam irgendwie die Ideen aus, oder... Nicht wirklich, aber wenn ihr bessere Ideen habt, oder sonst irgendwelche Ideen habt, außer euch zu bücken, und es aussieht, ob ihr kacken würdet, ja, sagt einfach Bescheid. Und wir versuchen, es so gut wie möglich nachzumachen. Warum nicht? Da wird die Map wenigstens verbraten, was ja eh dreimal so groß ist wie die normale Welt. Ja, aber was der Fabio jetzt auch nicht schon zum hundertsten Mal oder so erwähnt hat. Ich weiß. So rumgefällt es mir besser. So. Schau, wie nicht dieses hässliche, eingeschnitzte Gesicht da... Was dir das aussieht? Du kennst doch bei Terraria dieses, dieses... Ich sag jetzt nur Sack. Weißt du, was ich meine? Welche Waffe? Äh, ja, den Daryl, den Daryl of Poe, diesen Morgenstern da, diesen großen, ja. Ja, genau, das sieht so geil aus. Ich weiß nicht, ob du deinen Sack jetzt rumschleppen würdest. Okay. Mit der Waffe sieht es ja so aus. Warte mal. Ah, Moment. Nicht daneben. Es ist schwierig, den zu steuern, wenn man in die verkehrte Richtung, Moment, so, oder? Ja, so sieht es ein bisschen aus. Und dann noch so. Und dann noch umgedreht. Oder zur Seite. Sieht so kacke aus. Ja, Mann. Ups. Scheiße. Äh, nee, ich will die Einrastfunktion natürlich nicht aktivieren. Scheiß Einrastfunktion, echt. Ja, äh, was, was, äh, du wolltest noch was sagen, Fabio. Ja, also wie schon gesagt, ähm, falls ihr irgendwelche Ideen habt, sagt Bescheid. Wir versuchen sie umzusetzen, so gut wie es geht. Und wir werden, was vielleicht, oder vielleicht auch nicht, Obasmus bekommen. Nein, äh, eine neue Map anfangen, neu, äh, alles erkunden, vielleicht, je nachdem. Aber wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, sagt Bescheid. Genau, also das ist jetzt unsere offizielle Let's-Show-Welt. Und, äh, ich würde mal sagen, warte mal, das sieht sicher cool aus, wenn ich dir die Eier wegfackele. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Äh, gut. Finde ich, finde ich echt geil. Dass sich das Feuer hier bewegt, in deiner Hand und auch im Inventar. Also, das ist... Cool. Äh, ja. Da hast du. Brenn, mein Prinz. Ha, 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 ha. Okay. Ja gut, Spaß beiseite Ernst komm raus Wir werden uns jetzt verabschieden Und vielleicht kommen wir wieder Oder auch nicht Je nachdem wie es gewünscht ist natürlich Also wie gesagt, wieder in die Kanalkommentare auf YouTube Schreiben, wenn ihr ein weiteres Let's Show wollt Wenn natürlich der Wunsch Nach einem Let's Play stärker wird Wie gesagt, dann bitte ich euch auch Das in die Kanalkommentare irgendwo hin zu kleistern Oder mir eine Nachricht zu schicken Bei YouTube Und ja, wie gesagt Wenn dem so ist, dann werden wir beide uns Bald auf ein neues Spiel machen Oh ja Deswegen Würde ich mal sagen Ich stelle mich jetzt mal so schön hier neben dich Dass wir so schön Tschüssikowski sagen können Also Leute Wenn es wieder heißt Let's Show Minecraft Begrüßen wir euch Euer Fabio Und euer Maxi Bis dann Servus Ciao, ciao